Was meinst du? Was ich meine? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wirklich? Was redest du? Du kommst bei uns an, sagst uns, da ist kein Parkplatz, beleidigst uns, trittst das Auto und dann rennst du weg wie ne Pussy? Du solltest vielleicht mal drüber nachdenken, dass deine Taten auch Konsequenzen haben, ja? Und ich sag dir, so wie es ist, deine Fresse merke ich mir. Wir sehen uns, Mann. Okay, wir sehen uns. Bruder, warte ab, bis du das nächste Mal nicht einfach zu anderen Leuten rennst. Pass mal auf, tschüss Gott. Ey Leute, mein Kollege kann einfach backlit. Dann komm doch. Komm her. Komm, komm. Boah, das war krass. Ich will das mal.